Kaldarium. Kaldarium ist ein klassischer Bestandteil der römischen Thermen. Ein Kaldarium ist das sogenannte Dampfbad. Kaldarium ist also ein sanftes Dampf- und Inhalationsbad bei Temperaturen um 40 bis 45 Grad. Im alten Rom gab es Kaldarien und sie haben sich vor über 2000 Jahren darin entspannt. Kaldarium kommt von Lateinisch Kaldus oder Kallidos, das bedeutet warm bis heiß. Und Kaldarium war neben dem Tepidarium, dem Laconium und dem Sudatorium und dem Frigadorium ein Teil der klassisch römischen Thermen. Das Kaldarium besteht aus einem Raum und dort gibt es geheizte Böden und auch Wände und Bänke, die eine gleichmäßige Wärme von 40 bis 50 Grad abstrahlen. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und beträgt typischerweise nahezu 100%. Kaldarium ist kreislaufschonend und muskelentspannend. In einem Kaldarium kann man dann auch noch Duftessenzen dazugeben und das tut den Atemwegen sehr gut. Kaldarium kann man manchmal besuchen vor der Sauna, also vor der heißeren, trockenen Sauna, vor der sogenannten finnischen Sauna. Im Kaldarium kann man auch gut meditieren und zu einer schönen, tiefen Entspannung kommen. Kaldarium gehört also zur römischen Badekultur, gehört aber auch zu modernen Thermen dazu, wird dort oft einfach als Dampfbad bezeichnet. Kaldarium ist z.B.